Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf dem Kanal Silas CoasterFan. Ich bin gerade inzwischen und hier auf dem Gelände Homberg-Jause, also das Skigebiet hier inzwischen, hier soll nämlich in den nächsten Jahren ein Vegan-IP-Coaster entstehen. Auf welcher Piste, weiß ich noch nicht, aber hier auf dem Gelände entweder hier wahrscheinlich und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und über einen Abo freuen. Und ihr seht jetzt ein paar Impressionen von dem ganzen Gelände. Ciao!